yo ihr crazy schnitzel und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen map view wir stellen euch heute die map gurken wintersaison von real platzi beziehungsweise vom alpinia modding vor ja wir sind hier im tal unten beim parkplatz und dann haben wir noch ein kleines dorfchen genau das dorf hat hier eine kleine tanke mit lifthäuschen und einer kapelle mit friedhof finde ich ziemlich schön auch mit lifthäuschen als ob die tür nicht geht was soll die scheiße ist ein klo seit wann ist hier ein klo der friedhof klo falls die toten scheißen ja dann ist hier direkt ein kleiner fluss mit ganz vielen stein und dann ist hier hinten ein tunnel mit brücke hier haben wir so ferienhaus mit selbst gebauter garage und dann haben wir noch so ein hotelhaus und dann haben wir so ein anderes haus und dann haben wir noch ein haus aber das ist ein ganz spezielles haus ist nämlich ein selbst gebautes haus das ist ganz krass mit building blocks kompletter stell aber dass da oben sieht scheiße aus weil die balken nicht in die gleiche richtung gehen also platzi da hätte ich recht mehr erweitert von dir wir gehen jetzt einfach mal rein in dieses krasse haus da gibt ja diese riesen dealen stell dir vor so eine diele so 20 quadratmeter groß weißt du was das für ein riesenbaum sein müsste ein riesen gerät ja ja hier kühl und essgerät ein schrank kramel riss die pies schranktür man muss einfach einfach hier rausgehen und dann kann man es hier zu machen dann ist hier noch ein waschbecken ein herd ohne platten und ein esstisch und dann ist hier drüben noch ein sofa mit fernseher und der fernseher schaut gleich aus wie die hauplatte vielleicht ist es die hauplatte vielleicht kocht man hier und da drüben schaut man fern dann kann man hier hinten raus in den selbst gebaut im garten mit geiler bank wo einfach ein random tipp sitzt er ist schwarz gekleidet vermummt man erkennt ihn nicht eindeutig ein brecher unter einem schwimmen pool ein viel zu großer tisch jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus ja ich komme nicht mehr raus ok so leute wir sind wieder da ich habe trick sitzen angewendet und ja wir sind jetzt wieder im haus nein uff leben was alles scheiße in diesem haus ein Balkon. Hier vorne ist dann ein Balkon, ein Kong. Wie heißt dein PC? Lauf mal da rein. Eine Leinwand hier. Zwei Bildschirm ohne PC? Ja, das braucht es nicht. Geil, Digga. Und wieder diese riesen Dielen, ein Scheinwerfer und ein Bett. Ich finde die Wandbefestigung von diesem Fernseher voll geil. Einfach so ein LED-Ding. Dann ist hier noch ein anderes Zimmer, noch ein Doppelbett mit Kinderbett und nochmal ein Balkon. Hier unten haben wir die Gurgentrittbahn. Das ist eine geile Gondelle. Das Stationsgebäude ist selber gemacht und die Verkleidung, die Uni-Geräte, mit dem Gerät. Ist auch selber custom gebaut. Ja, halt mit Building Blocks. Lern dich auszudrücken, Mann. Und ja, geh mal rein mit der Gerät. Das Stationsgebäude hier ist aus dem AGT-Objekte-Pack. Finde ich ziemlich lustig, dass das immer noch Leute verwenden. Kassa ist auch da drin. Ja, hier ist der Eingang mit Kassa und Gondeln sind schön schwarz gefärbt. Geil. Geil. Kann man machen. Also, hoch da. Die Trasse ist auch ziemlich okay. Ja. Hier ist dann eine krasse Fahrwerkstütze. Ein riesen Gerät. Und dann kommt man zur Bergstation auf diesem riesigen Hügel. Ja, also die Trassierungen in diesem Gebiet sind alle ziemlich lustig, finde ich. Die Station hier oben ist wieder selbst gebaut, halt die Verkleidung. Und dann haben wir die Unterflurgarage hier oben. Ein bisschen komisch, dass oben die Garage ist, weil das ein bisschen behindert ist irgendwie für die Angestellten-Geräte. Hier ist dann ein Förderband, damit man von da unten hoch zur Bergstation. Hier ist kein Förderband. Ja, doch. Ist nur unter dem Schneeverdeck. Und dann kann man hier links extrem steil runter zum Kinderland. Hey, rest in peace Kinder. Denn hier kommt kein Kind an. Legatig zumindest. Ja, die kann man hier runterwerfen, dann macht man hier unten einfach eine Matte und dann sind sie schon im Kinderland. Nice. Ja, das ist ein bisschen scheiße, weil, äh, das Kind fährt diese crazy Schnitzelpiste runter. Halt vor einem Skikurs oder so erstmal so eine knallrote Piste runter müssen. Alter, wenn die, also, dass die noch rot ist, Bruder. Ja, stimmt auch wieder. Dann haben wir hier so ein crazy Restaurant und eine Pistenbully-Garage, wo es auch selber gebaut ist. Mhm. Mit ein paar Bullis drin. Die auch selber gebaut sind. Kappa. Und dann haben wir hier die Trittgurgenhornbahn. Beziehungsweise Graukoffinbahn. Ja. Leider keine neuen Texturen drauf gemacht und so. Also das hätte ich besser gekannt. Ganz normale Bahn einfach. Die geht dann hier hinten hoch. Hat zwei Pisten. Die sind beide schwarz. Cooles Gerät. Ja. Ist aber schön eingebaut. Ja. Von außen sieht es jetzt nicht so geil aus, aber kann man machen. Ja, ich hier ist alles schön mit Schneilanzen ausgestattet. Ja. Ein Secret Hause. Wow. Was gibt's hier drin? Nichts. Oh, geil. Das Nichts. Es wurde entdeckt. Ja, endlich. Ich wollte schon immer mal sehen, was nichts ist. Ja, äh, die Piste hier unten geht dann nochmal an einem Haus mit nichts drin vorbei. Dann hier hinten ein Speichersee. nochmal ein Pumpwert. Nochmal ein Speichersee. Nochmal ein Speichersee. Und dann ist man eh schon wieder hier unten. Ähm, dann gibt es hier ein 4CLF-Gerät. Der heißt Trittgrad. Ich finde das so geil, wie alle irgendwas mit Tritt heißen. Tritt oder Gurtel. Mhm. Ja, dann gehen wir das Ding mal hoch. Schaut auch sehr gut aus von der Trassen. Das ist sogar die Pixel-App-Edition. Ja, wer benutzt ist heutzutage nicht mehr die Pixel-Edition. Ich spiele Maps zum Beispiel, dass Thielerhorn oder so hat Ja, jetzt fahre. Alter, stehen hier Lanzen rum. Hier gibt es ein paar Lanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Lanzen in einem Blick. Geil. 13. Äh, und dann gibt es hier einen Funpark mit einer Halfpipe und paar Schanzen. Ganz vielen Schanzen. Und einer Crazy-Schanze. Also, in diesem Hang über diese Schanze, Schanzen, dann landest du einfach hier im Gegenhang, hier drüben irgendwo. Jo, wahrscheinlich. Ja, boin. Auf jeden Fall. Wie die raussteht. Ja, auf jeden Fall sind beide Beine gekommen. Okay, dann hat es hier noch ein Schleppgerät, der Trittalp-Grad. Ja, äh, die, 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 die Ausfahrt ist ein absoluter Raketenstart. Ich finde, der Spanfeld hier ein bisschen zu lang, weil so zu lang ist. Na ja. Und, ja. Das ist einfach der Rückbringer von da unten aus dem Tal hier wieder hoch. Und dann haben wir hier noch die Jägerbahn AK Trittalp-Trittkamm. Ach du Scheiße. Das ist der ultimative Tritt. Ich finde das so geil, wie diese Eier, äh, die, die, die Räder. Die Eier wackeln. Die Eierrädern. Die Eier sind Geräder. Hier hat er die Sessel durch CLF, also durch Vierersessel vom CLF ausgetauscht. Und sogar einen Führerbahn. Ich denk's mir gerade, wie hat er das hingekriegt? Ah, er hat es einfach schmaler gemacht. Ja, okay, das hat er gemacht. Voll gut, ja. Und dann geht die Bahn hier hoch. Und hier hoch. Irgendwie finde ich das hier extrem grenzwertig von der Höhe her. Nee. Doch, stell dir vor, du stürzt hier ab. Ja, selber stürzt. Du stürzt da ab, landet auf einem Fels, bricht sich den Kopf und die Dinosaurier kommen. Dann gibt es hier die ultimative Kurvenpiste. Und dann rast man erstmal hier runter und landet in der Österreich-Flagge. Öster-Flagge. Flagge. Hier geht dann eine ziemlich krüppelige Piste wieder zurück. Also die ist schräglagig. Ja, die hat echt viele Hügel drin und so. Und hinten kann man ins Tal runter wieder zur, ja, Gondelbahn. Keine Ahnung, wie die heißt. Und dann kann man hier so runterrasen und hier so wieder schanzen. Und dann landet man direkt im Stationsgebäude und stirbt. Und dann kann man auf dem Friedhof fertig werden. Was ich noch schön gefunden hätte, wäre gewesen, dass er hier das Gelände bisschen schöner gesmooft. Ja. Ja. Sonst ist es eine ganz witzige Map für zwischendurch. Was meinst du, wie würdest du sie bewerten? Sieben Punkte. Ich schwank auch zwischen sieben und sechs. Ja, dann sieben. Dann würde ich sagen, das war es mit diesem kleinen Map-Review. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr mehr sehen wollt, zeigt es gerne mit einem Daumen erhoben. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Haut rein. Und ciao. Ciao.